Guten Abend, spreche ich mit Herrn Hans? Nee, Maulwurf ist hier. Also, Herr Hans Herbert Maulwurf? Ja, was wollen Sie denn Freitagabend um 21 Uhr von mir? Guten Abend, ich rufe Ihnen wegen Ihrer Registration für Onlinehandel. Da rufen Sie um 21 Uhr an? Entschuldigung für die Zeit. Haben Sie nichts Besseres zu tun? Müssen Sie so lange arbeiten? Ja, leider. Das tut mir sehr leid für Sie. Und was wollen wir jetzt machen? Also, Sie haben sich registriert für Onlinehandel und ich rufe Ihnen, um Ihnen zu helfen mit der Motivation von Ihren Kunden. Wie lange müssen Sie denn arbeiten? Bis 10 Uhr. So lange rufen Sie die Leute an, das grenzt ja schon an Belästigung und Gangstalking. Ja. Ja, wie können Sie mir denn weiterhelfen? Also, will Sie den Konto aktivieren oder nicht? Ja, ich will ja Geld verdienen, ne? Okay. Je spät hat der Abend, desto lieber die Gäste. Denn die kommen und fressen die Reste. Ich weiß nicht, ob Sie das Sprichwort kennen. Leider, ich weiß nicht. Ja, das merke ich. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? Es ist ja nie zu spät, um einen durch den Kakao zu ziehen, ne? Und wenn der Maulwurf erkältet ist, dann hört sich das noch ein bisschen authentischer an, ne? Also, ich habe sowas an die 39 Fieber, aber sag mal, da bin ich mir trotzdem nicht zu sade für. Ja. Ja, was soll ich denn jetzt, oder wie können Sie mir denn jetzt weiterhelfen? Wie viel Geld kann man denn verdienen da bei Ihnen? Das hat sich gereimt gerade. Also, das verdient mit wie viel Geld Sie denn beginnen und, ja. Na, nennen Sie mir doch mal eine Prozentzahl, ne? Da sind Sie mit Ihrer Hyperintelligenz ja sicher in der Lage zu. Ich kann Ihnen nicht eine echte Nummer sagen. Ich wollte ja auch nicht Ihre Telefonnummer haben. Ich wollte ja im Prinzip wissen, wie viel Geld ich bei Ihnen verdienen kann, ne? Wie ich schon gesagt habe, das ist bedingt von den Situationen Andermarks und von wie viel Geld Sie investieren. Von wo rufen Sie denn an, junge Frau? Von England. Von England? Ist das da nicht noch später als hier? Das ist da am anderen Ende der Welt. Das ist eine Stunde früher als bei Ihnen. Also daher ist ja die Motivation zum penetranten Gangstalking her, ich verstehe es schon. Hast gut gemacht, muss ich zugeben. Ihre Internetseite hat mir auch sehr gefallen. Ähm, hören Sie mir jetzt besser? Ja, ja, jetzt ist es besser. Sie hören sich trotzdem überaus gelangweilt an. Nein. Haben Sie keine Lust mehr heute? Ich habe noch Lust. Das ist gut, dann pack es mal aus da. Ja. Ja? Ich warte. Also sagen Sie mir, wie alt sind Sie? Ich bin 69. Ich bin 69. Und Sie? Ich bin 33. Ich hätte Sie auf 20 geschätzt. Vielen Dank, aber leider bin ich nicht so jung. Ja, ja, der Zahn der Zeit, ne? Der nackt, unablässig, der alte Hund. Hahaha. Aber was will man machen, ne? Ja. Also Sie sind schon im Renten, oder? Ne, ich bin noch nicht im Bett. Ich bin im Prinzip gerade in der Küche. Nein, ich habe gefragt, in der Renten, Pension. Ja, ja, ich bin Pensionär, nicht wahr? Und Sie? Okay. Ich bin nicht Pensionär. Das habe ich mir gedacht. Ja. Wären Sie gerne in Rente? Noch nicht. Ich bin zu jung für das Renten, noch. Ja, ja, noch nicht genug. Noch nicht genug erwirtschaftet, ne, mit der Masse da. Das dauert noch ein bisschen, bis sich das rentiert, ne? Genau. Ja, 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 also ist das, ne? Verdienen Sie denn auch Geld mit Investitionen? Ein bisschen, ja. Ja, wie viel verdienen Sie so im Monat? Es ist nicht egal, jedes Monat. Es ist nicht egal? Es ist nicht die gleiche Summe jedes Monat. Ja, aber so ungefähr, ne? Das ist 5 Euro, 20 Euro, 100 Euro. Mehr als 100 Euro. Ja, das ist gut. Und worin haben Sie investiert? Ich habe in Bitcoin investiert. Ja, aber der ist doch gerade total abgestürzt, als die Chinesen den verboten haben. Ja, aber ich habe nicht mit Chinesen zu tun. Ja, aber der Kurs ist ja massiv gefallen, als sie das gemacht haben. Ja, aber das ist die Software, die Sie können auch Geld, wenn es unten geht, verdienen. Ach so, das ist quasi so wie so ein Trainer für ein PC-Spiel. Da kann man einfach Knöpfe drücken und dann kommt das Geld rein. Das ist... Sprechen Sie selber den Chinesisch. Ni hao? Ich? Nein. Koste ne hao, ah. Singo ever. Sprechen Sie kein Chinesisch, ne? Schade. Was sprechen Sie denn für Sprachen? Englisch und Spanisch. Spanisch, das ist toll. Also ich habe im Prinzip hier beim Pennymarkt, gibt es so einen leckeren Sangria. Da ist eine spanische Torero-Tänzerin drauf, ne? Den trinke ich immer ganz gerne, falls Sie sich das vorstellen können. Also ich bin kein... Ich bin nicht aus Spanisch, also ich weiß es nicht. Können Sie denn Torero tanzen im Prinzip? Nein. Schade. Ich weiß nur die Sprache. Was heißt denn Guten Morgen auf Spanisch? Buenos Dias. Ja, das ist gut. Und was würde man jetzt am Abend sagen? Buenas noches. Nochmal wie? Buenas noches. Noces? Wie nach so? Ja. Das ist wie... Gute Nacht. Ach so. Ja, um die Zeit, die meisten Menschen schlafen ja schon zu der Zeit, wo Sie da noch klingeln, ne? Sind Sie das Klingelmännchen, sozusagen? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob Sie das Klingelmännchen sehen, wegen dem Klingeln vom Telefon. Ja. 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 Darf ich Sie Frau Klingelmännchen nennen? Ja, natürlich. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Und was machen Sie heute noch so? Heute nicht besonders. Na doch, Sie telefonieren mit mir. Das war jetzt ja die falsche Antwort. Aber Sie meinen jetzt momentan. Hm. Genau. Also, ich werde mir im Prinzip gleich noch einen Ofenkäse reinrendern. Vielleicht möchten Sie ja ein Stück abhaben. Äh, wie bitte? Ofenkäse. Okay. Möchten Sie auch was abhaben, war die Frage. Ich würde es im Prinzip ja mit Ihnen teilen. Ich weiß es nicht. Ja, das scheint Ihre Lieblingsantwort zu sein. Aber lieber ehrlich, ne? Ja. Ja, ja. Ich weiß die Ehrlichkeit von Menschen so zu setzen. Vor allem, wenn die um 21 Uhr anrufen, ne? Wann fangen Sie denn an, wenn Sie so spät arbeiten müssen? Ich beginne um 15 Uhr, 3 Uhr. Das ist ja Spätsicht im Prinzip. Arbeiten Sie da in der Disco? Oder was ist das für Musik da hinten? Es ist das Musik vom Büro. Das ist ja schrecklich. Wie kann man denn so arbeiten? Ich würde mir ja jeden Tag Wachs in die Ohren gießen. Ne, es ist nicht schlecht. Verdient man denn gut da bei Ihnen? Ja, natürlich. Ja, was bezahlen die pro Stunde? Also, ich arbeite nicht pro Stunde. Also, Sie arbeiten auf Provisionen, natürlich, klar. Und wie viel Prozent vom Abschluss kriegen Sie? Von 1 bis 5 Prozent. Das ist aber nicht viel, ne? Also, Sie kriegen weder Stundenlohn noch Provisionen. Sie machen das quasi ehrenamtlich, so nach der Kirche noch. Wie bitte? Wie bitte? Nochmal bitte? Ich habe nicht gehört, die letzte, die Sie gesagt haben. Ich habe gefragt, ob Sie das da ehrenamtlich machen, wenn Sie, sagen wir mal, in keiner Form Bezahlung erhalten. Ich bekomme Bezahlung. Ja, von wem denn? Wenn, wenn Sie, sagen wir, Sie kriegen keinen Stundenlohn und auch keine Provisionen, leben Sie ja im Prinzip von Spenden da. Ich arbeite nach monatlicher Bezahlung. Ja, dann ja, es hat doch Stundenlohn. 40 Stunden pro Woche. Viertel Stunde pro Woche arbeiten Sie nur, das ist aber nicht viel. 40. Ja, ja, und wie viel Euro oder Dollar oder Pfund oder Rupee kriegen Sie pro Stunde? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Wissen Sie das selber nicht? Ich weiß nicht, aber das ist eine private Information. Aha. Haben Sie denn auch Doggecoin? Ich würde ja im Prinzip gern Doggecoin kaufen. Ich habe noch nicht, aber ich will das machen. Ich glaube, es ist ein echtes Gut. Nee, bei Ihnen in der Firma. Also ich will ja bei Ihnen jetzt investieren. Und da würde ich im Prinzip auch gern Doggecoin kaufen. Hier können Sie das nicht. Was kann man denn bei Ihnen einkaufen? Also Sie können nicht einkaufen, Sie können mit dem Crypto handeln. Ja, ja, das meine ich ja. Mit dem Preis von Forex, Bitcoin. Was ist denn Forex? Hallo? Also das ist mit Aktien. Aha. Haben Sie denn Aktien vom Doggecoin im Prinzip? Nein. Warum nicht? Was haben Sie denn überhaupt? Wir haben Bitcoin. Wie viele haben Sie denn? Also Sie kaufen nicht das Bitcoin, Sie handeln mit dem Preis. Ja, ja, natürlich, klar. Und wie können Sie mir da jetzt weiter? Ey, was ein Gesindel. 21 Uhr rufen die noch an. Man glaubt es nicht. Ich habe den ganzen Tag gepennt, weil es mir echt scheißdreckig geht. Und dann wirst du abends um neun noch von sowas geweckt, weil ich dann dachte, okay, brauchst du das Telefon, brauchst du nicht mehr stumm schalten. Und die Zeit ruft keiner mehr an. Wahnsinn. Und dann machen die noch bis zehn weiter. Und die hat gerade gesagt, bei denen geht die Uhr ne Stunde vor. Wahrscheinlich, das Hirn hängt ne Stunde nach. Aber dann rufen die bis fucking 23 Uhr die Leute an. Als ob jemand um die Uhrzeit Geschäfte macht. Die alte war doch auch schon scheintot belehrt.